Ochen 11.05.2019 mit Fernsehkoch Seltsamek kennt sie YouTube. Karotten schälen, Apfel waschen, vierteln und entkernen. Karotten und Apfel viertel grob raspeln. Für den Salat Apfel und die Hälfte der Karotten raspeln vermengen, mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Knoblauch pressen. Tomate waschen und in Scheiben schneiden. Backofen auf 220 Grad C, auf Gas, Stufe 4 Umluft, 200 Grad C, zu, vorheizen. Öl in einer Pfanne auf mittlerer bis hoher Stufe erhitzen und Knoblauch und die Hälfte der Zwiebelwürfel, darin kurz anbraten. Restliche Karotten raspeln und stückige Tomaten zufügen mit Salz und Pfeffer würzen mit Basilikum, Parmesan und Zucker, verfeinen und kurz aufkochen. Die Hälfte der Tomatensauce in eine Auflaufform, Klammer auf ca. 20 x 25 cm, Klammer zu, geben. Tartar mit restlichen Zwiebelwürfeln und Eigelb verkneten und mit Salz, Pfeffer und Tabasco würzen. Cannelloni mit Tatamase füllen und auf die Tomatensauce legen. Restliche Soße über die Cannelloni geben mit Tomatenscheiben belegen und mit Käse bestreuen. Cannelloni im Backofen auf mittlerer Schiene ca. 30 bis 35 Minuten backen und mit Karottenapfelsalat servieren. Cannelloni